Der bisherige Sommer, der ist wahrscheinlich genau so gelaufen, wie es die meisten von euch sich gewünscht hätten. Ein bisschen Sonnenski, ein bisschen Regen, vor allem etwas dabei und Temperaturen waren recht durchschnittlich und angenehm und damit begrüße ich euch zu einem neuen Wetterring Regionalwetter. Am Vorkehrjagd-Zeitraffer sehen wir sehr schön, wie es in der Morgenstunde verbreitet geregnet hat. Von der Schweiz her sind die Regenschauer über uns drüber gezogen und haben verbreitet, so circa zwischen 1 und 3 Millimeter einen Niederschlag gebracht, nicht allzu viel, aber das lange gerade für eure Gärten und Gemüsepflanzen. Ja und am Rägeradersee haben wir jetzt die Störung allmählich abgezügt und am Nachmittag, da kannst du den Lokal schon ein bisschen auflockern. Die Höchstwerttemperaturen, die erreichen heute ein bisschen gedämpftere 24 Grad, also es ist ein bisschen kühler wie zuletzt, aber immer noch relativ schwül, da die Luftmasse immer noch füchte ist. Und am morgigen Maria-Himmelfahrts-Feiertage, da erwarten wir sehr sonniges Wetter, für den Frühwerk vielleicht noch die eine oder andere Nerbelbank zum Sehen, aber untertags zorgt sich die Sonne immer öfter und die Höchstwerte stiegen schon wieder auch auf recht summerliche 27, vielleicht sogar 28 Grad. Am Abend, da könnt ihr über dem Bergland die eine oder andere gewittrige Schauer gehen, aber überwiegend bleibt es über Vorarlberg noch trocken. Ja und auch der Sonntag, der präsentiert sich sehr sonnig, es wird dann vor allem untertags immer höchste Temperaturen stiegen, an die 29, vielleicht sogar wieder an die 30 Grad drehe, und auf dem Berg auf 2000 Meter dann erwarten wir auch schon wieder an die 17 Grad. Gewitter wird es am Sonntag wahrscheinlich keine gehen, es ist überwiegend sonnig, ein paar Quellwölkchen, und damit geht der Sonntag auch überwiegend trocken über die Bühne. Am Montag schaut es schon wieder ganz anders aus, wir sehen nämlich, wie eine Störung herkommt vom Atlantik, und die bringt am Montag die kühlere Luftmasse zu höchsten Temperaturen und dann geht es zurück auf etwa wieder 23, 24 Grad, auch am Dienstag noch sehr unbeständig, es können immer wieder mal drei oder andere Regelschauer gehen, die Natur wird sich freuen, und ihr könnt euch freuen, wenn ihr gerne baden geht, denn ab Mittwoch, Donnerstag und Frittig wird sich das Wetter wahrscheinlich dann auch wieder beruhigen, der Sommer kommt zurück, der Spätsommer, nach Vorarlberg, Ostschweiz und Lüchterstor, und das bedeutet, dass auch die Temperaturen dann wieder rufen gehen, und auf angenehme, sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad. Hat euch das Video gefallen, denkt gerne euch doch ein Liken, tun wir nach oben, und vergesst nicht unseren YouTube-Kanal zum Abonnieren, alle aktuelle Wetterdaten finden wir auf wetterring.at oder wetterring.li, oder in neuen Wetterstationen oder Webcams, die wir in Bunde haben. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt noch ein wunderschöses Wochenende, mein Name ist Lukas Alton, ciao miteinander. Musik 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 Vielen Dank.